Hallo und herzlich willkommen bei Emma's Lieblingsstücke. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich meine Handytasche gemacht habe. Diese ist gehäkelt, sollte aber so ein bisschen im Makramee-Boho-Look sein und deshalb habe ich auch einen Garn verwendet, das ich sonst für meine Makramee-Sachen verwende. Es ist geflochtenes Garn, 3 mm dick und es gibt es leider in viel zu vielen schönen Farben. Dadurch, dass das Garn eben sehr dick ist, geht die Tasche auch echt super schnell. Die ist übrigens 15 cm hoch und 10 cm breit. Es wäre natürlich gut, wenn ihr schon Grundkenntnisse im Häkeln habt, aber probiert es ansonsten einfach mal aus. Also ich häkle hier Luftmaschen, Kettenmaschen, feste Maschen und halbe Stäbchen überwiegend. Ich benutze eine 6er Nadel und als weitere Hilfsmittel verwende ich noch eine Stopfnadel, eine Schere, einen Zeustock und eventuell ist aber nicht zwingend notwendig Textilkleber. Wie immer verlinke ich euch alle verwendeten Sachen und Farben unten in der Videobeschreibung und dann wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Häkeln. Wir beginnen mit dem Boden von unserer Tasche und machen uns dafür erstmal eine Anfangsschlaufe. Wie ihr die macht, ist im Grunde egal. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Und dann machen wir insgesamt 12 Luftmaschen. Da wir in geschlossenen Runden häkeln, ist die 12. eine Steigerluftmasche. Für eine Luftmasche zieht ihr euch einfach immer nur den Faden durch die Schlaufe auf der Nadel und das könnt ihr auch gerne sehr locker machen. Das ist unsere Luftmaschenkette, die kleine. Und jetzt häkeln wir insgesamt 11 halbe Stäbchen zurück. Allerdings steche ich jetzt nicht hier in dieses obere Maschenglied ein, sondern drehe mir die Luftmaschenkette jetzt mal auf die Rückseite und werde jetzt immer hier in, ja, dieses hintere Maschenglied einstechen. Also diese kleinen Ausbuchtungen hier, wenn man seitlich drauf schaut, da gehen wir jetzt rein. Für ein halbes Stäbchen macht ihr immer einen Umschlag, dann steche ich jetzt nicht hier rein, sondern in die zweite, gehe jetzt also unter diesen Nüpsel, hole mir den Faden einmal durch, habe jetzt drei Schlaufen auf der Nadel, hole mir den Faden nochmal und gehe durch alle drei Schlaufen durch. Das ist unser erstes halbes Stäbchen und zehn Stück fehlen uns noch, also wieder ein Umschlag. Hier ist das nächste, die nächste Masche. Faden wiederholen, drei Schlaufen auf der Nadel und alle drei zusammen abmaschen. Achtet immer drauf, dass hier die Schlaufe auf der Nadel jetzt nicht irgendwie sich so ausweitet, sondern haltet die ruhig ein bisschen kleiner, Umschlag, Faden holen und wieder durch alle drei durchgehen. Und dann und hier versteckt sich unsere letzte So, die erste Reihe ist fertig und jetzt drehen wir uns das Ganze einmal so, dass hier die Anfangsschlaufe oben rechts hängt oder liegt und jetzt machen wir das gleiche nochmal, also wir werden elf halbe Stäbchen zurückhäkeln. Hier war unser erstes halbes Stäbchen, ihr könnt ja jetzt auch einfach zählen und da mache ich mir jetzt mal einen Maschenmarkierer rein. Ihr könnt ja auch einen Faden einfach durchziehen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also ich drehe mir das jetzt wieder um. Hier ist gleich meine letzte, elfte Masche. Und wir machen wieder halbe Stäbchen zurück. Hier, da wo unser Knötchen ist, das ist unsere erste Masche. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das wirklich sehr stramm halten, denn wir müssen ja um die Ecke gehen. Machen also hier einen Umschlag und gehen direkt hier oben rein. So, ich gucke jetzt, dass der Knoten hinter meinem Arbeitsfaden liegt. Jetzt hole ich mir wieder den Faden durch und masche alle drei zusammen ab. Das war das erste halbe Stäbchen. Und jetzt müssen wir hier wirklich aufpassen, dass wir nicht auszusehen wieder in die gleiche Masche einstechen. Also nicht da, wo wir jetzt hier schon drin waren. Also hier, das ist die zweite. Hier sind wir drin, da gehen wir rein. Und hier ist die letzte. Und ihr seht hier, zieht sich das jetzt schon so ein bisschen zusammen. Und das ist natürlich richtig so. Jetzt schließen wir das Ganze hier mit einer Kettmasche und zwar hier in den Kopf von dem ersten halben Stäbchen. Also da, wo unser Maschenmarkierer drin ist. Zieht euch die Schlaufe auf der Nadel hier wieder schön stramm. Und dann einfach hier oben einmal reingehen. Drückt euch das auch so ein bisschen zusammen. Holt euch den Faden hier einmal durch. Und hier nochmal. So, und jetzt mache ich jetzt, jetzt mache ich hier direkt eine Luftmasche. Und dann ist das Ganze auch schon mal fixiert. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Bötchen gehäkelt. Den Maschenmarkierer mache ich mal raus. Und dann mache ich in dieselbe Masche jetzt hier noch ein halbes Stäbchen. Also da, wo wir jetzt drin sind, da kommt noch ein halbes Stäbchen rein. Und jetzt beginnt hier also die Musterreihe, die erste. Und dafür machen wir immer so Päckchen, bestehend aus zweihalben Stäbchen. Dann überspringen wir eine, wieder zweihalbe Stäbchen, überspringen, zweihalbe Stäbchen. Das hier, die Luftmasche und das erste halbe Stäbchen, das zählt jetzt schon als erstes Päckchen. Elf machen wir jetzt insgesamt. Ich mache mir jetzt hier oben in den Kopf, wieder in den Kopf von dem ersten halben Stäbchen, einen Maschenmarkierer rein. Also das solltet ihr jetzt auch am besten erstmal machen. So, also das zählt schon als erstes. Das heißt, wir machen einen Umschlag, überspringen hier die nächste und machen hier zweihalbe Stäbchen rein. Wieder alles schön eng zusammenziehen. Überspringen, zweihalbe Stäbchen. Umschlag, überspringen, zweihalbe Stäbchen. Überspringen. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen, das hat sich ja jetzt so ein bisschen nach innen gezogen. Also müsst ihr hier ein bisschen von unten nach da rein gehen. Und wir werden das Ganze gleich umstülpen, aber jetzt diese Reihe mache ich noch so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann ein bisschen strammer bleibt. Und dann. So, wieder überspringen und hier, hier rein gehen. Alles wieder schön stramm. Überspringen. Und hier kommt unser elftes und letztes Päckchen rein. So, und wenn man jetzt hier mal drauf schaut, dann sieht es ja eigentlich so aus, als könnte da ruhig noch eins dazwischen. Hier, aber, das ist unsere letzte Masche in dieser Reihe. Das ist schon die Kettmasche. Hier ist die Steigeluftmasche. Und hier ist, ja, das erste halbe Stäbchen. Und da müssen wir hin. Also die Kettmasche wird ja jetzt nicht mit irgendwie verhäkelt oder behäkelt. Also müssen wir jetzt von hier, da rüber und diese Runde hier mit einer Kettmasche schließen. Also ich gehe jetzt hier oder versuche mich da nochmal mit rein zu quetschen hier. Da oben müssen wir hin. Da, wo unser Maschenmarkierer ist. Und eine Kettmasche machen. Jetzt hole ich den Markierer nochmal raus. Und mache schon mal meine Luftmasche. Und jetzt drehe ich das Ganze einmal um oder stülp das um. Ich werde mir jetzt gleich hier diesen Faden noch vernähen. Innen drin so ein bisschen verstecken. Ich habe den jetzt nicht mit eingehäkelt. Dann wird das nämlich noch so ein bisschen wohlstiger unten. Deshalb ziehe ich den einfach nur ein, zwei Mal durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt häkeln wir einfach in diesen Musterrunden weiter. Ich mache diese Reihe jetzt noch kurz mit euch zusammen. Das ist halt genau wie die Runde davor, die wir jetzt gemacht haben. Nur am Ende sieht es jetzt etwas anders aus. Aber das wiederholt sich dann tatsächlich. Also wir machen jetzt die zweite Musterreihe. Und beginnen wieder hier mit der Luftmasche, die wir jetzt schon gemacht haben. Und in dieselbe Masche noch ein halbes Stäbchen. So und jetzt geht es wieder los. Wir überspringen die nächste und machen wieder zwei halbe Stäbchen hier in die nächste Masche. Insgesamt machen wir wieder elf von diesen Päckchen. Das zweite haben wir jetzt gerade gemacht. Und ich mache mir hier in das erste halbe Stäbchen wieder meinen Maschenmarkierer. Also eins, zwei, drei. Und es geht weiter. Wir überspringen die nächste und machen jetzt hier unser drittes Päckchen hin. Also wieder zwei halbe Stäbchen. Überspringen. 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 Überspringen und hier das letzte Päckchen. Und jetzt haben wir hier nur noch die Kettmasche von der Vorrunde, hier die Steigeluftmasche und hier oben, da wo unser Maschenmarkierer ist, da gehen wir wieder rein und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Und genau so wird jetzt gleich jede Runde, die ihr weiter häkelt, aussehen. Also solltet ihr am Ende der Runde mehr als diese Kettmasche übrig haben an Maschen, dann habt ihr irgendwo einen Fehler gemacht. Also so muss das jetzt immer aussehen. Ich mache mir den Markierer mal kurz raus und mache hier noch meine Kettmasche hin, also einfach wieder alles schön stramm ziehen, den Faden einmal durchziehen und hier auch nochmal durchziehen. Und das war's. Ihr müsst euch das jetzt gleich so ein bisschen in Form zubbeln, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Und ihr macht jetzt einfach weiter. Also wir haben jetzt hier zwei Musterreihen gemacht. Also hier war die erste, hier jetzt die zweite. Ich mache insgesamt neun von diesen jetzt, also mache noch sieben weitere Reihen. Ihr müsst einfach gleich mal schauen, wie es bei euch aussieht mit dem Handy, wie groß das ist. Man kann natürlich auch zehn Reihen machen. Ich mache jetzt erstmal nur diese neun und dann kommen bei mir nachher noch zwei Reihen feste Maschen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Okay, ich mache jetzt hier weiter. Also wie gehabt, wir starten jede Runde mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in dieselbe Masche. Überspringen jetzt die nächste. Machen natürlich einen Umschlag. Überspringen die nächste und machen hier unser zweites Päckchen rein, bestehend aus. Zweihalben Stäbchen, dann wieder überspringen. Wieder zweihalbe Stäbchen, überspringen und so weiter. Und am Ende habt ihr nur noch die Kettmasche hier übrig und hier macht ihr euer letztes Päckchen rein, schließt das Ganze mit einer Kettmasche und das war es dann eigentlich schon. Und ja, zubbelt das immer so ein bisschen in Form und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine neun Reihen sind jetzt fertig. Wir können einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die Tasche ist jetzt bei mir ca. 14 cm hoch und 10 cm breit. Mein Telefon ist 15 cm und wenn ich das jetzt mal reinstecke, dann fehlt hier oben noch ein kleines Stückchen. Und deswegen werde ich jetzt hier noch zwei Reihen feste Maschen häkeln. Ihr müsst jetzt einfach mal gucken, wie es bei euch aussieht. Vielleicht reicht euch ja auch schon eine Reihe feste Maschen. Also eine solltet ihr auf jeden Fall häkeln, denn mit den festen Maschen kann man das Ganze nachher sehr, sehr schön und unsichtbar beenden. Dann sieht man da keinen Übergang mehr. Aber wie gesagt, das nur als Tipp. Also eine Reihe solltet ihr auf jeden Fall mithäkeln. Ja und was wir jetzt noch sehen, ist, dass das hier, diese Seite hier, unsere Vorderseite wird. Denn hier haben wir, also wir haben ja hier diese Musterstreifen und hier ist ein Musterstreifen ganz genau in der Mitte. Und auf der Rückseite ist der halt zwischen, die Mitte, zwischen zwei Musterreihen hier oben. Und da kommt dann gleich auch unser Verschlussfaden hin. Also ich habe es mir ja dieses Mal wirklich mal versucht, sehr, sehr einfach zu machen. Hier vorne können wir dann unseren Knopf noch befestigen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die beiden Reihen feste Maschen. Und dann beenden wir das Ganze. Und dann kommt noch der Taschenriemen. Da habe ich es mir nämlich dieses Mal auch ein bisschen einfacher gemacht. Und euch auch. Ich hatte jetzt eben mit der Kettmasche hier aufgehört und starte jetzt die neue Reihe oder Runde wieder mit einer Luftmasche und mit einer festen Masche in dieselbe Masche. Das heißt, ich gehe einfach hier durch, hole mir den Faden, habe jetzt zwei Schläufchen auf der Nadel, hole mir den Faden nochmal und gehe durch beide durch. Insgesamt macht ihr in dieser Runde 21 feste Maschen. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Kettmasche hier aufgehört. Und hier ist die letzte. Und wir schließen das Ganze jetzt wieder mit einer Kettmasche und zwar hier oben, hier in die erste feste Masche. Also einfach wieder durchgehend Faden holen und Faden nochmal holen. So, das ist jetzt die erste Runde gewesen mit den festen Maschen. Und jetzt machen wir noch eine zweite und dann schließen wir das Ganze auch direkt. Also ich mache wieder eine Luftmasche und wieder in dieselbe Masche eine feste Masche. Und jetzt noch eine komplette Runde feste Maschen in jede einzelne Masche. Und hier ist wieder die letzte. Und dieses Mal machen wir keine Kettmasche, sondern schneiden uns jetzt den Faden einmal ab. Und bevor wir den Faden abschneiden, messe ich jetzt aber nochmal für euch. Das ist jetzt, ja, oder sind jetzt ungefähr 15, ja etwas über 15 Zentimeter, fast 15,5. Und ich werde nochmal mein Telefon reinstecken. Und jetzt ist es verschwunden hier oben. Also so sieht das jetzt doch wirklich ganz hübsch aus. Und ich finde das auch ganz schön hier oben mit dem Rand, der sich da jetzt nochmal ein bisschen abhebt von diesem Muster. Außerdem ist es halt auch ein bisschen fester, was vielleicht nicht verkehrt ist, wenn wir da unseren Riemen dran befestigen. Ja, also so können wir es, glaube ich, lassen. Ich hoffe, bei euch hat es jetzt auch so gut funktioniert. Und jetzt schneiden wir uns dann den Faden tatsächlich einmal ab. Das muss jetzt gar nicht wirklich viel sein. Also ich mache mal so ein Stückchen hier. Also wir hatten ja jetzt eben unsere letzte feste Masche gehäkelt. Und jetzt ziehe ich mir den Faden hier einfach nur raus. Jetzt kommt die Stopfnadel einmal zur Hilfe. Und jetzt gehen wir, also wir halten uns das jetzt einmal so vor uns. Hier oben, da war die erste feste Masche, die wir gemacht haben. Hier vor ist das, ist die Luftmasche. Also wir gehen jetzt hier einfach mal so durch die feste Masche und ziehen uns das Ganze jetzt etwas zusammen. Und dann gehen wir nochmal hier zurück und zwar in unsere letzte feste Masche, allerdings nur in das, von oben in das hintere Maschenglied. Und wenn wir uns das jetzt hier so zuziehen und direkt hier unten ein Stückchen verstecken, also ich bin jetzt gerade hier rausgekommen und gehe jetzt hier mit meinem Faden genau hier drunter und ziehe mir den da nochmal durch. So, und jetzt seht ihr hier oben, solltet ihr nichts mehr sehen von unserem Abschluss. Wir müssen den Faden natürlich hier hinten jetzt noch ein bisschen verstecken, also einfach hier nochmal so ein bisschen kreuz und quer rumgehen, da wo es wenig auffällt. Aber ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht mehr zeigen, also einfach hier kreuz und quer laufen mit dem Faden. So, das kann man mit Sicherheit noch ein bisschen weitermachen, aber ich denke, wir halten uns jetzt damit nicht wirklich auf. Also wie man einen Faden vernäht, das wisst ihr, glaube ich. Ich stopfe jetzt mal den Rest hier unten einfach weg und wir haben halt eben hier oben ein sehr schönes Ende. Also da sieht man wirklich nichts mehr. Wir werden als nächstes unseren Knopf hier vorne befestigen und den Verschlussfaden. Und ich werde jetzt mit dem Verschlussfaden einmal anfangen. Ich habe mein Telefon hier nochmal reingelegt. Hier ist unser mittlerer Musterstreifen. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Rückseite gehen, dann wäre das hier, dieses Maschenglied, Das wäre der Faden, wo wir, der Faden, das wäre die Stelle, wo wir unseren Verschlussfaden befestigen. Wie gesagt, man muss da so ein bisschen nach Optik gehen. Also das ist jetzt im Grunde eine Masche hier, so mehr oder weniger zwischen zwei Musterstreifen. Schaut mal, wie das bei euch aussieht. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Stückchen Faden. Das ist jetzt erstmal 40 cm, aber das ist im Grunde jetzt nicht so wichtig. Wirklich lang muss das nicht sein. Und jetzt gehe ich hier einfach mal mit meiner Häkelnadel von oben durch das obere, also das Maschenglied, was zu mir zeigt jetzt und hole mir den gemittelten Faden da einmal vorsichtig durch. Jetzt haben wir hier oben die Schlaufe und hier unten die beiden Fäden und wir machen jetzt im Grunde den umgekehrten Ankerknoten. Ich schlage mir die Schlaufe jetzt einmal hier drüber und ziehe mir die Endfäden nach oben raus. Und das versuche ich jetzt mal vorsichtig hier so festzuziehen. Wenn euch das mit dem Verschluss hier nicht gefällt, dann seht es als Inspiration und macht es einfach so, wie es euch gefällt. So, und wenn wir uns das jetzt mal rüberschlagen, und dann sitzt es hier genau auf unserer Mitte. Und hier werde ich jetzt den Knopf noch befestigen. Und ich denke mal, ich hoffe, ihr seht das, hier sind ja diese Löcher drin. Also, eins, zwei, drei, zwischen das dritte und das vierte Loch. Und da werde ich jetzt meinen Knopf befestigen. Und auch hier mache ich es wieder sehr einfach. Ich schneide mir nochmal ein Stückchen Faden ab. Bei mir werden das jetzt nochmal so 40 cm sein. Und ich werde damit einfach den Knopf eben zwischen diesem dritten und vierten Loch einfach nur verknoten. Also, ich nähe den Knopf gar nicht fest, sondern knote den ganz simpel an. Da ich jetzt aber nicht weiß, was ihr für einen Knopf benutzt, ob ihr den gleichen benutzt wie ich oder irgendeinen anderen oder irgendetwas komplett anderes nehmen möchtet, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, euch das jetzt hier so im Detail zu zeigen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr einen Knopf befestigen könnt, ob Knoten oder Nähen. Ich denke, das kriegt ihr hin. Und dann haben wir nämlich hier unseren Knopf befestigt. Und ich finde, das sieht auch gut so aus. Und jetzt müssen wir nur noch hier einmal so drum gehen und uns da unten ein Knötchen hinmachen. Ihr könnt da jetzt einfach einen Doppelknoten hinmachen, aber vorsichtig, macht den Knoten nicht direkt zu fest, sondern lasst das ein bisschen locker. Dann könnt ihr die Position von dem Knoten auch noch ein bisschen korrigieren, denn da muss ja auch gleich das Telefon noch rein und dann wird es eh wieder ein bisschen enger. Und wenn alles passt, dann könnt ihr den Knoten richtig festziehen. Ich würde es grundsätzlich ein bisschen lockerer machen, denn dann bekommt man die Tasche auch einfach einfacher auf und zu. Ich finde, das ist doch ein schöner Verschluss, so hier unten die Fäden, die können wir uns dann noch abschneiden, so wie wir sie halt eben haben möchten. So vielleicht. Und dann geht es jetzt nur noch darum, den Taschenriemen zu machen. Ich habe beschlossen, meinen Taschenriemen zu flechten, ganz einfach dreisträngig, also so wie man einen Hardstopp flechtet, allerdings mit vier Fäden, damit er halt ein bisschen breiter wird. So sieht das dann nachher aus. Wir machen den Riemen jetzt erstmal mit einer festen Länge. Als Anhaltspunkt für euch, mein geflochtener Teil wird 1,10 Meter lang, locker gemessen, also nicht auf Zug. Ihr müsst schauen, ob die Länge für euch passt. Also packt das Handy in die Tasche, damit der Gewicht drauf ist und haltet euch das immer wieder an. Bedenkt halt, dass der Riemen sich ein klein wenig ausdehnen wird, also macht den lieber minimal zu kurz, als dass er nachher zu lang ist und euch in der Kniekehle hängt, also nicht der Riemen, sondern die ganze Tasche. Ja, da das mit diesen festen Längen immer so eine echte Herausforderung ist, habe ich alternativ mal einen Schieber mit eingebaut. Also dieser ist jetzt eigentlich für Hundezeugs gedacht und passt halt optisch und vom Stil überhaupt nicht zu dieser Tasche. Aber es funktioniert wirklich mega gut. Ich muss jetzt also nur noch schöne Schieber finden und sollte ich da erfolgreich sein, dann verlinke ich euch die natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich zeige euch im Anschluss gleich noch, wie ich den befestigt habe. Beide Versionen starten jetzt gleich, nur dass halt bei der Schieberversion am Anfang längere Fäden benötigt werden und natürlich auch der geflochtene Teil länger sein muss. Aber das blende ich dann auch noch ein. Ich würde sagen, wir flechten jetzt erstmal los. Ich befestige meinen Riemen jetzt an dieser Seite und suche mir da einmal die Mitte irgendwo in den festen Maschen. Also ich glaube, eine richtige, wirkliche Mitte wird es nicht, aber, ja, so ein bisschen nach hinten versetzt, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. So, dann nehmen wir uns die Fäden, die beiden, und ermitteln die einmal. Und jetzt ziehen wir uns die Schlaufe, also diesen gemittelten Teil, hier einmal von außen nach innen, haben jetzt hier die Schlaufe und ziehen uns unsere Endfäden da raus, also machen den umgekehrten Ankerknoten genauso, wie wir eben hier diesen Verschlusswagen befestigt haben. So, das ist doch jetzt schon mal ziemlich einfach gewesen und jetzt muss ich mir da mal irgendwas draufstellen. Ja, und dann können wir anfangen zu flechten. Wie gesagt, wir flechten mit drei Teilen. In der Mitte nehme ich den Faden doppelt und, ja, ihr könnt das jetzt machen, wie ihr es vielleicht kennt. Ich fange immer ganz gerne hier links an, also gehe jetzt mit dem linken Faden hier über den mittleren, dann mit dem rechten Faden über den jetzt mittleren, links über den mittleren, rechts über den jetzt mittleren und so weiter. Also immer im Seitenwechsel einfach nur über den mittleren Faden gehen. Meine Flechtcoil ist jetzt 1,10 Meter lang und ich habe mir hier so einen kleinen Markierer hingesetzt, sollte ich das Ganze nochmal korrigieren müssen. So, jetzt schauen wir mal, dass sich das hier nicht verdreht und suchen uns hier ebenfalls die Mitte, eben auf der anderen Seite. zum Beispiel, ach so, und da werden wir uns jetzt unsere Fäden einfach wieder von außen nach innen durchziehen, genau wie gerade eben, auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt mal ab und dann verknote ich das jetzt hier einfach. Wir gucken aber jetzt nochmal, ob sich das Ding wieder verdreht hat. Das führt nämlich irgendwie ein Eigenleben. Nein, hat es nicht. Ja, und ihr könnt das jetzt nochmal anprobieren, ob es passt und wenn es denn passt, dann lockere ich das jetzt hier nochmal ganz kurz so ein bisschen und werde mir einfach etwas von dem Kleber dazwischen geben. Das muss jetzt auch gar nicht wirklich viel sein. Und das, was ich da jetzt rumgematscht habe, das sieht man gleich nicht mehr. So, alle Fäden nochmal nachziehen. Ihr müsst das auch gar nicht verkleben. Und das hält nämlich eigentlich auch so sehr gut. So, also richtig festziehen. Und dann habe ich hier eben ganz schön rumgematscht. So war das nicht gedacht. Können wir die Fäden hier entweder hängen lassen, also ich hatte meine eben schon so ein bisschen gekürzt, die waren nämlich noch eine Ecke länger oder wir schneiden die halt etwas kürzer ab und lassen sie hängen oder wir können die natürlich auch nach innen ziehen und, ja, hier unten nochmal so ein bisschen verstecken und ich schneide mir die jetzt einfach mal ab. Und dann kommt jetzt noch die Kurzversion mit dem Schieber. Ich habe jetzt hier mal geguckt, dass mein meine Kordel sich hier nicht verdreht hat, aber das werde ich gleich eh noch tausendmal machen müssen. Und dann nehme ich mir mal hier den Schieber und gehe hier von unten einmal durch und versuche es auf jeden Fall und über diesen Mittelsteg und wieder zurück. So, und dann suche ich mir hier an der Tasche einmal eine Mitte und gehe jetzt hier mit dem Ende von außen nach innen durch irgendein Loch, was wir hier finden und hier ist mein Schieber und jetzt mache ich das gleiche, was ich hier gemacht habe, eben einfach nur von unten, also ich gehe jetzt wieder mit dem Ende hier einmal nach oben durch, über diesen Mittelsteg und dann unten wieder raus oder nach unten und das war's tatsächlich. Jetzt klappen wir uns das hier zusammen. zusammen. Ihr müsst gucken, wie breit ihr das macht. Ich würde euch empfehlen, das jetzt erst mal hier mit diesem separaten Faden mal zu verknoten und dann könnt ihr das Ganze einmal ausprobieren, ob das für euch hinhaut von den Längen und ja, dann können wir hier die Tasche halt eben schön größer ziehen oder halt eben kleiner. Also ich habe es ausprobiert, es funktioniert sehr gut und sieht auch eigentlich ganz gut aus, bis auf die Größe von diesem Schieber, der ist halt nicht so attraktiv, aber gut, was soll's. Ist ja jetzt auch nur zum Zeigen. Ich werde das jetzt hier gleich, also hier dieses Ende, das, was wir hier befestigt haben an dem Schieber, ich denke, ich werde das einfach kleben mit meinem Textilkleber und dann eventuell noch mit einem Wickelknoten ja, so ein bisschen verstecken, das Ganze, wobei das eigentlich auch so ganz gut aussieht. man kann natürlich auch hingehen und das noch ein bisschen vernähen, aber ich denke, ich werde da einen Wickelknoten drum machen. Also wie gesagt, das ist jetzt nur die Idee mit dem Schieber gewesen und vielleicht gefällt es euch ja auch so. beim S HTML aus dem Schieber mit dem Schieber Module nach dem Schieber Ich glaube, das war das Das war so krass. Ich habe ja auch zu dem Schieber So stationary K Ellis die Idee aus der Interesse ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche echt immer zu helfen. Ja und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.